Coffee-Jazz-Pianist werden und zwar mit genauer Anleitung. Wenn du mal Coffee-Jazz bei YouTube eingibst, dann kommt diese entspannte, coole Jazzmusik, die sehr gut ins Ohr geht, die aber auch für uns als Pianisten echt richtig cool und einfach zu spielen ist. Und ich möchte dir zeigen, wie das funktioniert, sodass du am Ende dieses Tutorials in der Lage sein wirst, ein richtig cooles Coffee-Jazz-Piano zu spielen. Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Jazz-Piano zu spielen, dann start jetzt gleich und abonnier den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Ich habe dir mal diese Coffee-Jazz-Akkordfolge in C-Dur mitgebracht. Wir starten mal mit der linken Hand und machen uns klar, was wir hier spielen. Das Ganze geht los mit einem C-Major 7 und C-Major 7 klingt folgendermaßen. Du hast das Ganze in Grundstellung hier, ein C-Dur kennst du und obendrauf legst du noch mit deinem Daumen die Major 7. Das ist die große 7 und die große 7, aufgepasst, die liegt immer einen halben Ton unterm Grundton. Und dann hör mal, klingt das schon richtig jazzy. Das Ganze wird halbtaktig gespielt. Auf C-Zeit 3 verrücken wir die linke Hand nach rechts und greifen so automatisch ein D-Moll 7. D-Moll kennst du so in Grundstellung plus jetzt die kleine 7 oben drauf, das ist das C. Die kleine 7 liegt immer ein ganz Ton unterm Grundton. Also D-Moll 7. Danach, kannst du dir fast schon denken, verrücken wir das Ganze wieder nach rechts. Die Finger bleiben so und es entsteht ein cooler E-Moll 7-Klang. E-Moll in Grundstellung plus auch hier wieder die kleine Septime, ein Ganzton unterm Grundton. Jetzt verrücken wir das Ganze wieder nach links. Den kennen wir ja bereits. Unser D-Moll 7, ja, hier jetzt mal vierteltaktig auf C-Zeit 3 und jetzt auf C-Zeit 4 ein G7. Ein G7 in Grundstellung funktioniert eigentlich so, ja, also G-Dur plus die kleine Septime oben drauf. Aber schau mal, wenn ich ein D-Moll 7 habe, ein G7, das ist ein ziemlich großer Sprung und da wir als Jazzpianisten faul sind, bedienen wir uns an den Umkehrungen, um auch ein cooles Voice-Leading zu haben. Was meine ich damit? Ich spiele meinen D-Moll 7 hier und ziehe dann die oberen beiden Finger runter, zack, und es entsteht ein G7. Macht ihr das nochmal klar? Ja, im Grunde Grundstellung G7. Ich nehme die beiden Töne hier oben und setze die nach unten, ja. Dann habe ich diese wunderbare Umkehrung. Lass uns das Ganze doch mal direkt mit Playback spielen. 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und zurück, noch einmal, 3, 4, E-Moll 7, D-Moll 7 und zurück. Wunderbar. Die Noten, das Begleitmaterial zu all dem, was du in diesem Tutorial siehst, als auch das, was gleich noch kommt für die rechte Hand, findest du wie immer bei mir in der YouTube-Mitgliedschaft zum Herunterladen und Ausdrucken für deine eigene kleine Jazz-Sammlung, damit du das auch besser nachvollziehen kannst. Wenn du Lust drauf hast, klick gerne mal auf den Link unter diesem Video, den du in der Videobeschreibung findest. Jetzt ist die große Frage, was können wir mit rechts spielen? Ich stelle mir so eine Art Intro vor. Wenn ich so Coffee-Jazz höre, dann höre ich erst mal so ein bisschen Arpeggio-Geplänkel, so nenne ich das jetzt einfach mal. Wie funktioniert das? Nun gut, ich bediene mich an meinem C-Major 7 und ich nehme mal den oberen Teil, dieses E, G-H, spiele ich auch mit rechts und dann arpeggiere ich das einfach über drei Oktaven. Und dann natürlich ein bisschen üben, auch hinterher im Tempo. Das Ganze mit D-Moll-7, auch hier den oberen Teil, F-A-C. Dann E-Moll-7, G-H-D. Wieder zurück, D-Moll-7 und mein G-7 kann ich so spielen. Und dann komme ich bei meinem C-Major 7 an. Auch das lasst uns doch gerne mal mit Playback probieren. Das könnte dann so klingen. Und. Yes. Das klingt sehr cool. Eine zweite Möglichkeit, die wir dann nutzen können, ist es mit diesen akkordeigenen Tönen, also die Töne, die auch Linkenspiele recht zu nutzen, um damit einfach frei zu improvisieren. Zum Beispiel, auch das können wir gerne mal mit Playback probieren. Bevor wir jetzt zum dritten Schritt kommen und ich dir zeige, was du mit deiner rechten Hand außerdem spielen kannst, möchte ich dir noch kurz von meinem kostenlosen Jazz-Piano-Workshop erzählen, den ich extra für dich aufgenommen habe, wo wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, also wenn dich dieser Jazz-Piano-Sound interessiert, wie ist denn das mit den Voicings? Wie bildet man die? Wie kriegt man das hin, diesen richtig coolen Sound zu spielen? Dann schau dir das unbedingt an. Am Ende dieses Tutorials erhältst du außerdem mein Akkord-Symbol-Handbuch zum Download. Also klick auf den Link unter diesem Video und trag dich für meinen kostenlosen Workshop ein. Okay, im dritten Schritt kommt natürlich noch meine geliebte Moll-Blues-Tonleiter hinzu. Wie kommen wir darauf? Wenn ich mal von meinem C jetzt drei Halbtonschritte nach links gehe, dann lande ich in der Moll-Parallele, also A-Moll. Und wenn ich jetzt darüber meine A-Moll-Blues-Tonleiter bilde, folgendermaßen erklingt, dann kann ich mit dieser A-Moll-Blues-Tonleiter über diese Akkordfolge improvisieren, was auch richtig gut klingt. Hör mal rein. Und so weiter. Das kann ich natürlich jetzt stundenlang ausführen. Ich spiele dir nochmal einen Durchgang mit dem Intro, die Arpeggios, dann mit den Akkord eigenen Tönen, kleine Impro plus Blues-Tonleiter und dann könnte das Ganze folgendermaßen klingen. Los geht's! Wenn du jetzt direkt weitermachen möchtest, in diesem Stile, schau dir unbedingt dieses Video hier oben an. Wenn du heute was gelernt hast, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und würde mich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen.